Musik Am 24. März 1906 steht ein Koffer ganz alleine am Bahnhof in Stockton in Kalifornien. Es dauert bis zum Abend, bis einige Bahnhofsmitarbeiter auf den Koffer aufmerksam werden, da sich ein unangenehmer Geruch entwickelt. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Emma Teresa Cole wird im Jahr 1875 als älteste von acht Geschwistern in Kalifornien geboren. Ihre Familie gehört zur gehobenen Mittelklasse. Emmas Großvater Eli ist als junger Mann als Goldsucher in die Gegend gekommen und im Gegensatz zu vielen anderen hatte er großen Erfolg und besitzt nun viele Ländereien und sogar eine Mine. Emma wächst in Oregon auf, bis ihre Familie nach Kalifornien zurückkehrt, als sie im Teenager-Alter ist. Ihre Mutter Mary Ann trennt sich von ihrem Vater Thomas Cole und hat anschließend mehrere weitere Männer. Bereits im Alter von 16 heiratet Emma, doch ihre erste Ehe mit einem Mann namens Barrett hält nur fünf Jahre lang. Das Paar lässt sich wieder scheiden und die nun 21-jährige Emma kommt mit dem Minenarbeiter William Williams zusammen. Sie heiratet ihn und zieht zu ihm nach Arizona. Doch auch diese Ehe dauert nur fünf Jahre, da William Williams im Jahr 1902 plötzlich verstirbt. Emma behauptet, dass er eine Magenerkrankung hatte, doch für viele kam Williams Tod völlig unerwartet. Es besteht der Verdacht, dass er mit Salpetersäure vergiftet wurde, doch der konkrete Nachweis fehlt. Emma erhält 4000 Dollar aus seiner Lebensversicherung. Ihr dritter Mann, Albert McViker, ebenfalls aus Arizona, den sie bereits drei Monate nach Williams Tod ehelicht, ist sehr in Emma verliebt. Emma teilt seine Gefühle allerdings nicht für lange Zeit. Nach wenigen Jahren Ehe zieht sie bei ihm aus. Sie beginnt damit, sich Geld im Rotlichtmilieu zu verdienen. Bei einer Reise nach San Francisco im Jahr 1904 lernt sie einen Mann namens Joe Healy kennen. Sie erklärt ihm, dass sie Single sei und verspricht ihn zu heiraten, woraufhin Joe ihr einen teuren Ring schenkt. Die beiden verloben sich. Doch dann lernt sie einen anderen Mann, Jean Ledoux, kennen. Ihm verschweigt sie ebenfalls, dass sie bereits verheiratet ist. Sie heiratet John im August 1905, als sie 30 Jahre alt ist und hält ihre Ehe mit Albert und ihre Verlobung mit John Healy weiterhin verborgen. Emma und ihr neuer Mann John leben bei Emmas Mutter Mary Ann in Jackson. Ob Emmas Mutter weiß, dass sie gleich mit zwei Männern verheiratet ist, bleibt unklar, doch ist es anzunehmen. Auch Emmas Verlobter Joe Healy kommt öfter in Jackson vorbei, um Klempnerarbeiten auf der Farm von Emmas Mutter vorzunehmen. Im folgenden Jahr, im März 1906, erhält Emma eine Nachricht von ihrem anderen Mann Albert. Er hat eine Anstellung in einer Mine in Jamestown erhalten und er möchte Emma wieder zurückgewinnen. Er schreibt ihm, dass er sich ein Hotelzimmer in Stockton genommen hat, nicht allzu weit von Jackson, wo sie lebt, entfernt. Dort verabredet er sich mit Emma. Sie reist am 11. März 1906 an. Bereits am nächsten Abend ruft sie einen Arzt, da Albert erkrankt ist. Der Arzt verschreibt ein Medikament und am nächsten Tag fühlt Albert sich besser. Als der Arzt ihn erneut aufsucht, fragt Emma ihn nach einigen Morphium-Tabletten und behauptet, dass sie diese gerne für sich selbst hätte. Der Arzt händigt sie ihr ohne weitere Nachfragen aus. Albert und Emma kaufen gemeinsam eine Menge Möbel, die sie in den Tagen darauf mit der Bahn nach Jamestown schicken lassen, wo Albert die Anstellung in der Mine erhalten hat. Am 15. März reisen sie dann selbst nach Jamestown. Während Emma dort ihre neue Wohnung mit dem gekauften Mobiliar einrichtet, geht Albert seiner neuen Tätigkeit in der Mine nach. Doch nach nur einer Arbeitswoche, am 21. März, teilt Albert seinem überraschten Chef mit, dass er den Arbeitsplatz mit sofortiger Wirkung wieder verlassen wird. Er behauptet, dass er die Farm von Emmas Mutter übernehmen könne. Albert und Emma reisen wieder nach Stockton zurück. Sie kaufen erneut Möbel. Diese lassen sie nun an die Adresse ihrer Mutter in Stockton schicken, adressiert an ihren anderen Mann Jean Ledoux. Emma hat Albert erzählt, dass Jean ihr Schwager sei. Am Morgen des 24. März kauft Emma im Ort einen großen Koffer, eigentlich eine Art Holztruhe, und bittet den Ladenbesitzer, diesen Koffer ans Hotel liefern zu lassen. Als der Koffer eine Stunde später im Hotel eintrifft, sagt Emma einem Kutscher Bescheid, dass er den Koffer um eins am Mittag bei ihr abholen solle. Um die Mittagszeit herum sagt sie dem Kutscher dann, dass sie etwas länger brauchen würde und dass er den Koffer erst um zwei abholen soll. Emma lässt den gepackten Koffer vor ihrem Zimmer stehen und macht sich auf den Weg zum Bahnhof. Als der Kutscher den Koffer schließlich abholen möchte, stellt er fest, dass er so schwer ist, dass er Hilfe dabei benötigt. Als er damit am Bahnhof eintrifft, scheint Emma sehr erleichtert zu sein, dass der Koffer endlich da ist. Sie lässt ihn auf einen Gepäckwagen für den Zug nach San Francisco laden, in den sie anschließend selbst einsteigt. Emma bekommt nicht mit, dass der Bahnmitarbeiter, der das Gepäck verlädt, sich im letzten Moment entscheidet, den Koffer auf dem Gepäckwagen zu lassen, da das Etikett mit dem Zielbahnhof fehlt. Der Koffer bleibt in Stockton zurück, während Emma sich nichts ahnend auf den Weg nach San Francisco macht. Sie hatte Joe Healy, ihrem Verlobten, den sie zwei Jahre zuvor in San Francisco kennengelernt und dem sie ein Eheversprechen gemacht hatte, vor ihrer Abreise ein Telegramm geschickt, mit der Bitte, sie in San Francisco in einem Hotel zu treffen. Der große Koffer, der über Stunden auf dem Gepäckwagen in Stockton steht, fällt den Bahnmitarbeitern erst gegen Abend auf, da er begonnen hat, einen merkwürdigen Geruch zu entwickeln. Die Bahnmitarbeiter melden sich schließlich bei der Polizei, die den Koffer öffnet, nachdem ein Ermittler sich einen Meißel organisiert hat. In dem Koffer wird die Leiche eines Mannes gefunden, der noch nicht lange tot zu sein scheint. Er hat Verletzungen, als sei auf ihn eingeschlagen worden. Laut der gerichtsmedizinischen Untersuchung ist der Mann durch Schläge mit einem stumpfen Objekt auf den Kopf verstorben. Zunächst können die Ermittler den Kutscher ausfindig machen, der bestätigt, den Koffer am Morgen zum Bahnhof gebracht zu haben. Durch ihn erfahren sie, dass eine Frau den Auftrag gegeben hat und sie erfahren auch, dass sie im Kalifornia-Hotel gewohnt hat. Dort finden die Ermittler heraus, dass die Frau, die am Morgen abgereist ist, ein Zimmer gemeinsam mit einem Mann hatte, der sich als Albert McVicca registriert hatte. Die Polizei nimmt an, dass es sich bei dem toten Mann im Koffer um Albert handelt und geht davon aus, dass die Frau, die nach San Francisco gereist ist, die Ehefrau von Albert ist. Als sie das Hotelzimmer untersucht, stellt die Polizei fest, dass die Frau ein Foto im Hotelzimmer liegen gelassen hat, das offenbar sie selbst zeigt. So weiß die Polizei direkt, nach wem sie fahndet, auch wenn sie den Namen der Frau nicht kennt. Sie geht davon aus, dass sie Mrs. Weicker ist. Ein Polizist, der Emmas Foto in der Zeitung sieht, erkennt sie am nächsten Tag in Enter York, wo sie sich ein Zimmer im Hotel Arlington genommen hat. Als er Emma anspricht, antwortet sie ihm, Zitat, Bei den folgenden Verhören behauptet Emma, dass ein Mann, den sie Joe Miller nennt, sie am Abend des 23. März in ihrem Hotel in Stockton besucht und dass er Albert vergiftet hätte. Emma behauptet, dass sie dem Mann dann geholfen hätte, Elberts Leiche in den Koffer zu packen, da sie befürchtet hatte, der Tat selbst beschuldigt zu werden. Doch alle Zeugenaussagen und alle Beweise sprechen dagegen, dass ein Mann bei ihrem Hotel gewesen ist. Niemand hatte Emma in Begleitung einer anderen Person als Albert gesehen. Der Arzt, der Möbelverkäufer und das Hotelpersonal können bestätigen, dass Emma und Albert alleine gewesen sind. Am 24. März wurde nur Emma im Hotel gesehen. Albert wurde am Abend des 23. März zuletzt gesehen, als er das Hotel um kurz nach neun am Abend gemeinsam mit Emma betreten hatte. Es deutet also alles darauf hin, dass sie die Tat alleine begangen hat. Es kommt allerdings heraus, dass sie sich, nachdem sie den Zug in San Francisco verlassen hat, mit ihrem Verlobten Joe Healy getroffen hat. Es wird für kurze Zeit gemutmaßt, dass er der Mann gewesen sein könnte, den sie als Joe Miller bezeichnet hat und der sich angeblich mit ihrem Hotel getroffen hat und den Mord begangen hat. Doch auch Joe Healy hatte sie nicht im Hotel in Stockton besucht. Er sagt aus, dass Emma ihm am 24. März ein Telegramm geschickt hat, mit der Bitte, sie in einem Hotel in San Francisco zu treffen. Dort hätte sie ihm berichtet, dass ihr Mann Albert verstorben sei und dass sein Leichnam zu seinem Bruder nach Colorado geschickt worden sei. Joe sagt, dass er sich nicht über Alberts Tod gewundert hätte, da Emma ihm bereits zwei Wochen zuvor geschrieben hätte, dass Albert schwer erkrankt sei. Am nächsten Morgen erfährt Joe dann in der Zeitung davon, dass der Leichnam von Albert in einem Koffer in Stockton gefunden wurde. Er beschreibt, dass Emma, die sich bei ihrer Ankunft in San Francisco schon gefragt haben muss, was mit dem Koffer geschehen sein könnte, äußerst überrascht gewirkt hätte und sofort zu ihm gesagt hätte, dass sie nach Stockton zurückreisen müsse. Joe begleitet sie noch bis zum Zug. Emma fährt in Richtung Stockton ab, verlässt den Zug dann aber bereits in Antayoc, wo sie sich das Hotelzimmer im Hotel Arlington nimmt, und prompt von einem Polizisten erkannt wird. Die Polizei geht davon aus, dass sie von Anfang an geplant hatte, Albert umzubringen und dies bereits am ersten Abend in Stockton versucht hat, als sie wegen Alberts Beschwerden einen Arzt gerufen hat. Als dies misslungen ist, hat sie sich darauf eingelassen, zunächst mit Albert Möbel zu kaufen. Die Polizei nimmt an, dass sie den Plan hatte, diese Möbel für sich und ihren anderen Mann, Jean Ledoux, im Haus ihrer Mutter zu benutzen. Entgegen der Angabe des Gerichtsmediziners, dass Albert durch Schläger auf den Kopf gestorben ist, sagt der Chemiker Dr. Roy Rogers, der den Leichnam ebenfalls untersucht, vor Gericht aus, dass er durch eine Morphiumvergiftung verstorben sei, und zwar erst, als er sich bereits im Koffer befunden hätte. Emmas Anwalt versucht vor Gericht zu erklären, dass Emma so verliebt in ihren neuen Mann, Jean Ledoux, gewesen sei, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste, als ihren anderen Mann, Albert, der sie zurückhaben wollte, umzubringen. Doch der Staatsanwalt will nichts davon hören. Er behauptet, dass es gar nicht sein könne, dass Emma tatsächlich in Jean Ledoux verliebt ist, da dieser weder gut aussehend noch intelligent sei. Er ist überzeugt, dass Emma die Tat aus reiner Habgier begangen hat. Auch Emmas Mutter, Mary Ann, die möglicherweise über ihre gleichzeitigen Ehen und Beziehungen zu mehreren Männern Bescheid wusste, hatte ja noch mehrfach geheiratet, nachdem sie sich von Emmas Vater Thomas getrennt hatte. Mindestens einer ihrer späteren Ehemänner ist unter mysteriösen Umständen gestorben und hatte Mary Ann ein umfangreiches Erbe beschert. Auch Emmas Großvater Eli, der durch seine Goldsuchen als junger Mann hauptsächlich für den Wohlstand der Familie verantwortlich war, wurde irgendwann von seiner Frau Ellen, also Emmas Großmutter, in ein Krankenhaus eingewiesen und dann offenbar einfach dort zurückgelassen. Er ist im Jahr 1912 verstorben, doch Emmas Großmutter Ellen hatte bereits im Jahr 1910 erzählt, verwitwet zu sein. Keine der beiden Frauen, weder Emmas Mutter Mary Ann, noch ihre Großmutter Ellen wurden jemals wegen irgendetwas angezeigt. Genauso wenig wurde ihre andere Großmutter, Sarah Cole, also die Mutter von Emmas Vater Thomas, angeklagt, nachdem ihr Mann Calvin im Jahr 1866 unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Der Arzt hatte bei seiner Untersuchung einige Dinge notiert, die er für ungewöhnlich hielt, doch weitere Untersuchungen wurden dann eingestellt, da Calvins Tod auf eine zu hohe Dosis seiner Medikamente geschoben wurde, die er wegen einer Erkrankung nehmen musste. Emma erhält für ihre Tat an Albert als erste Frau in Kalifornien die Todesstrafe. Ob sie ebenfalls für den Tod ihres vorherigen Mannes, William Williams, verantwortlich war, kann nicht mehr festgestellt werden. Der Termin zur Vollstreckung ihrer Strafe steht bereits fest, als sie plötzlich einen Aufschub der Vollstreckung erhält. Im Jahr 1910 wird der Fall neu verhandelt und dieses Mal erhält sie eine lebenslängliche Haftstrafe. Zehn Jahre später, 1920, wird Emma auf Bewährung entlassen. Sie heiratet erneut, und zwar den Maler Frederick A. Crackbone. Nach seinem Tod im Jahr 1929, offenbar ist er eines natürlichen Todes gestorben, eröffnet Emma eine Heiratsagentur. Allerdings hat sie keinerlei heiratswillige Frauen in ihrem Verzeichnis, sondern nimmt Termine mit interessierten Männern jedes Mal selbst wahr. Die inzwischen 52-Jährige betrügt auf diesem Weg offenbar mehrere Männer um erhebliche Geldsummen, was ihrem Bewährungshelfer, der sie nach wie vor regelmäßig kontrolliert, nicht verborgen bleibt. Wegen dieses Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen muss sie im Jahr 1931 erneut ins Gefängnis. Sie verbringt elf weitere Jahre, bis zu ihrem Tod im Jahr 1941, im Alter von 65 Jahren hinter Gittern. Ich bin wie immer gespannt auf eure Meinung zu dem Fall. Lasst mir gerne alles, was euch einfällt, unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch da zu lassen, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden und aktiviert die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf einen Extra-Kriminalfall im Monat habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Natürlich findet ihr auch auf meinem Kanal jede Menge neue und alte Kriminalfälle. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020